Ja! Mein Gott, bin ich halt müde, ey. Was ist los? Ich bin so früh noch schon müde, ey. Das ist unbeschreiblich. Joa, jetzt muss ich sowieso noch kurz warten. Das heißt, ich kann mir jetzt noch überlegen, ey. Was mache ich? Außer mir hier die... ...und so die ganze Zeit zu gehen, ey. Oh mein Gott. Ich sag's euch, ey. Das ist so spannend, diese... ...Folge hier, ey. Ist ja mega spannend. Ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt noch machen könnte. Ich meine, mir fällt jetzt nix besonderes ein und warten muss ich ja so oder so, ne. Also ich muss ja jetzt warten, bis das Glas fertig ist. Und wenn das Glas fertig ist... Tschüss. Hä. Dann geht's ab, Alter. Dann geht's ab wie ein Zäpfchen, sag ich dir. Wie ein Zäpfchen. Wie ein Zäpfchen. ...ich hier in Sacht da mir. Ähm. So. Es dauert ja immer so Jahre, bis er mal fertig ist, ey. So. Fenster sind alle komplett, würde ich sagen. Jetzt geht's nur noch um die Decke. Und... ...dann... ...bin ich, äh... ...mit dem unteren erstmal fast fertig, ne. So. Hier kann man schon mal sicher stehen. Hier. Kann man sicher stehen. Aber ist ja nicht komplett sicher. Ne, ne. Ne, ne. Ach komm, weißt du was? Wenn wir sowieso schon warten... So, ja. Wenn wir sowieso schon hier nur noch warten und nichts tun... ...kann ich auch nebenbei hier die Wände rauskloppen. Und, ähm, ja. Schon mal die Wände fertig machen. Und ausleuchten. Uh, da ist er wieder. Da ist der Böse gerade gewesen. Habt ihr den gemerkt? Der war richtig böse. Oh, was mach ich denn noch? Grad gar nicht aufm Bildschirm geguckt und schon mach ich nur'n Blödsinn, ey. Ähm... Zack. Zack. Ach so, so. Frag mich nicht wieso. Ich weiß jetzt selber nicht. Zack. Einmal... Zweimal... Oh, ein höher bitte. Einmal... So. Ja, das heißt, jetzt darf ich auch wieder... ...gobbelst und schmelzen. Jetzt kann ich echt nichts machen. Jetzt hab ich schon... ...alles gemacht, was ich machen konnte. Jetzt muss ich warten. Leider. So. So. Boah, ja. Meine Fresse. Ihr hört das wahrscheinlich nicht. Ich weiß das nicht. Aber, ganz ehrlich, ey, das ist so nervig, ne. Ey. Leute. Freunde, Freunde. Freut euch, dass ihr nicht hier sein müsst und das hört. Ja, Hälfte ist fertig, würde ich sagen. Aber das wird nicht... Ne, das reicht nie. Neue Schaufel bitte. Und nochmal... ...sandfahren. Ne. Nein. Nein. Was hab ich denn jetzt für ne Scheiße gemacht? Oh, Mann. Oh. Einmal verklickt, Alter, und schon ist Außen. Vorbei. Krass. Boah, ist das scheiße. Da ist Sand. Boah, regt mich das grad mega auf, ne. Ey, ja. Ich hab jetzt grad zwei Eisen verschwindet für ne... Ironhode, die kein Schwein brauche, ey. Ohne Witz. Bullshit. Ganz ehrlich, das ist auch voll geiles Minecraft, so weißt du. Du, äh... Ne, warte. Was wollte ich sagen? Ich wollte es anders ausdrücken, wollte ich... Guck mal. Du musst ja Bäume auf, äh, Dirt pflanzen. Anders geht's ja nicht, ne. Anders kann man ja keine Bäume angeblich in Minecraft pflanzen. Der Bullshit-Faktor dabei ist, wenn ich mir jetzt mal diesen Baum hier angucke, der hier am Wasser steht. Da. Der da. Auf was steht denn der? Auf was ist denn der anscheinend, äh, gewachsen? Auf Sand. Genau. Ich dachte, das wär... Das kann man nicht. Ich dachte... Bäume wachsen auf Dirt. Minecraft, was ist los? Ops. Logik hab ich gehört. Und so. Logik ist mal wieder Atemraum bei Minecraft. Und so. Und so. Dann... Hammer wieder. Hammer wieder in Stack, ja. Ja. Die sind guttreichend. Aber das ist was so'n Bursche. Aber das ist was so'n Bursche. Guck mal, der, der ist, die komplette, dass er sich aufweide, wie die Komplett, der ist komplett auf Sand, ja, gewachsen sozusagen jetzt, ja, erschaffen. Aber du kannst selber keinen auf Sand, ey, das ist Bullshit, ey, das ist meine Fresse. Das ist so eine Logik, die verstehe ich nicht immer. So wie jetzt gerade eben. Oh, meine, meine, meine Kraft, ey. Okay, das reicht. Wenn ich mal wieder Sand brauche, hier ist eine gute Quelle. Zwei Stacks, hallo? Reicht locker. Ja. Ja. Boah, ich bin zu blöd zum Springen. Oh, Mann, ey. Das ist nicht der Ernst. Scheint ja doch. Ich streng dich mal an, Polen. Unterhaltung und so. Oh, ja, jo, 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 jo. Oh, ja. ich bin ja schon so ein bisschen stolz so so jahren euch nicht brauche ich brauche ich nicht genau wie das dass das das und das aber ich brauche die ich hab dann kann ich ja nicht also gehen wir runter ich glaube die stone bricks an sogar erst reichen jetzt ich glaube die reichen ich muss ja noch die decke machen voll verplant alter ne manchmal regt es mich übertrieben auf und manchmal sage ich so auch scheiße so 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 oh man so jetzt fahrt ich aber ich sag jetzt warte ich aber ich brauche weiter aber das ist nicht mehr viel und dann haben wir es hier fertig endlich also ja hier ist ja ich habe selber gemacht und nun mit war ein mit war mit war ein mit war ein mit war zwei mit war 3 4 4 Meter hey wirklich ist per Block gewertet oder per 2 Block ich verstehe nicht egal nee viel ist echt nicht mehr krass wir haben was geschafft fast nur noch die Decke was was soll ich denn da erzählen ich meine mehr kann ich es gerade nicht machen Erkundschaften Erkundschaften haben wir jetzt genug auf jeden Fall jetzt wird weitergebaut aber beim Bauen muss ich halt auch warten ich meine ich kann jetzt hier nicht springen die die hoffen man 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 ich weiß gar nicht ich weiß es macht mir vor den Kopf weil ich mir echt was geiles überlegen will wie ich dieses Game verlose ich weiß ja nicht ich hab mir ein paar mehr zur Auswahl ge�� und äh na getisch 你是 nicht ich nicht nicht